Der kommt hier runter! Boah ist der dämlich! Sascha! Nein! Biu! Komm ich will fahren zum Cap ey, was ein Depp, Alter! Iron Rain! Remo, helf mir! Ein Schuss da, ein Schuss, davon habe ich ihn! Iron Rain ist raus! Oh shit! Sie gewinnen! Alter, ganz großes Lob an die Artie! Definitiv! Sag mal, wir können noch weiterspielen! Ja, ist letzte Runde jetzt! Ach so, ist ja letzte Runde! Ja! Ach wie, wie was gesagt wird! Hm? Ich hab auch mal unterwegs! Mit dem Quatsch immer! Ich muss gar nicht von Motten abholen, ne? Das dauert ja sowieso erst, bis die bestellt sind! Die müssen erstmal den Elefanten häuten für meine Dienstkleidung! Der war echt gut, ne? Der war echt gut! Ja, ja, die waren alle Astreini unter... Klagen! Die... Handen häuten, Alter! Die Schlauze! Oh, ich hab ihn Ammo gedrückt! Tchiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Flunder. Sein Ernst? Oh, das war mal ne zärtliche Berührung. Wie geil hat er sich denn überschlagen? Gundy machst du fertig. Nicht dein Ernst. Der Gegner hat uns im Visier. Oh, ja, du bist heavy. Du bist heavy. Ja, das bist du. Ein ganz toller bist du. Ja, scheiße, ne? Ja, scheiße, Digga, ne? Ich lass ihn nicht mehr aufstehen, Junge. Ich spiel jetzt mit dir. Und gleich nochmal. Weil jetzt so schön war. Hast du nochmal schwein ge... Entschuldigt mich. Wo ist jetzt ganz dringend? Irgendwo kann ich denn alles nicht verstehen. Ja, ich hab mir gesagt, wenn du rufst die Heim. Du warst jetzt nicht auf den Schadest. Niemals, ich hab ja keine Frage gemacht dafür. Ich habe schon einen Schadest auf den Schadest. In den Schadest auf den Schadest. 7 Monate. 7 Monate. Ich hab mir schon gesagt, dass du einen Tag sehr glücklich bist. Ich hab jetzt schon mal getötet. Was ist der Fall? Was ist der Fall? Ahaha was ein Dept Nächste! Nächste! Nein! Was zum... Habt ihr gesehen? Das heilt nicht! Ich mach mich einfach... Ich will gerne noch wissen... BAM! Junge! Ja... Und tschüss Junge! Gute Arbeit da draußen! Wir zeigen dem Gegner wo es lang geht! Na, das war mal ein Ammo-Rack, wa? Ich kann ihn hier im Wasser schieben! Ich brauch Hilfe! Ich kann ihn hier volle Kanne ins Wasser schieben, Mene! Ich hab ihn fast im Wesse! Ich hab ihn im Wesse! Wow, ganz viel! Wieder die... ...2604 Savage! W-W-E-Pakete gönnen, ne? Ja, ja, richtig lächerlich! Ja, gut, doch klar! Das klingt immerhin, weil das dauert ab, oder? Ich lass den 1%! Der Mon hat nur 1%, ich glaub's nicht! Scheiße! So, der kommt! Ja, zumal, der muss jetzt zu Ende bringen! Ja, zumal, der muss jetzt zu Ende bringen! Ja! Du hattest nur so ne... Ah! Hauptballast! Was war denn jetzt los, eh? Alter! Das ist Munitionslogger umgefallen! H-H-H-H-H-H-H-H! Ne, aber ich... ich mein halt, äh... Ich kenn Christian halt! Ich hör natürlich nur ne ganz andere Stimme! Also ungefähr so ne Stimme hatte der so! Ja, na hallo, ihr hat COD, du Morensohn! Das stinkst du wie Morco. Morbath. Hodor. Das ist mein letztes. Oh je, Hodor. Mein letztes, dann muss er erst mal in Betzke, kleine Peter. Ja. Ja, ja, ja. Klingt das scheiße. Ich liebe Helium, Alter. Ja, ja. Ja sicher, das war grad Helium. Meinst du, kannst du die Stimme so verstellen? Mit auch. Wenn du meine Stimme so verstellen, könnte mich jedes Mal die Leute über Mac jetzt trollen. Kann ich erst mal gerne einen Cheeseburger? Wenn's trinken? Mayonnaise? Was? Ich hab's mir grad doch nicht froh, lieber den Blades letzten, ey. Ne, ne, ne. Du musst da Mac jetzt fahren und sagen, ich hätte den einmal ficken aber hart. Und wenn die sagen, wie bitte? Ein Mac-Chicken ohne Salat. Hä? He, he. Hä, he. Hä, he. Hä, he. Nee, was war ich mir? Was war Dici denn? das warst du nur vor live arctic ist jetzt bist du nur live und jetzt stirbst du ich glaube nicht der fettel und dann wird es auch die startung schwein Äh, er kippt, äh, er kippt erst mit dem Amatello weg. Oh, Marco, oh, scheiße. Nee, du hast den Grüßen, wenn du siehst. Aber nicht, wenn du mir zu, aber nicht, wenn du mir zu die Welt verscheust. Hallo, Peter, Pepe, Peppdata, was macht der Tapeten-Peter, er wirkt den Jürgen. Oh, Peter, Pepe, Pepe, Pepe. Boah, der Fassilow weggeblieben, holla. Schade. Das ist Google-Übersetzer. Gib dir den mal, ich hab noch Weisheit für dich, Marco. Finger in die Möse und Huchfinger, weg die Moral von der Geschichte. Ein Finger in der Möse lohnt sich nicht, hihi. Hihi. Wären jetzt Monats gewesen, hätten wir eine Chance gehabt, aber nicht die Russen hier. Uhu, verklickt, nee, 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 nee. Suck, mein Dick. Nein. Nein. Er weiß, wo der Hase weht, nein. Na, klar, noch nachbauen, vielleicht hab ich noch eine Chance, nach klar, nachbauen. Ja, fährt man den Spieler hier. Alter, guck mal, wie viele kaputte Panzer hier stehen, ach, du Kacke, wui. Der soll jetzt eigentlich nur stehen bleiben, damit ich da nur hinter der Wanne flankieren kann. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Boah, Junge, was, was ist scheiße, das waren einfach mal drei Russen. Ja, danke. Ja, danke, das war richtig. Ja, ich bin sowas von mausetot. Oh ja, ich bin Matsch. Ja, ich bin Matsch. Hm, hm. Hast du nicht gemacht. Er springt echt runter, der 1.600 verlor, der 1.600 verlor. Jetzt wär das. Nein, du verlor leve, die kleine Spann. Nein, es fällt ein guter Bart, oder? Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzer um! Nein! Hilfe! Schuss bereit! Wie die Hunde! Gegner schruttreif! Hä! Oh mein Gott! Wie mell hol den Pausche! Woah huiii~~ Da ist Stanley-Wasch! Ist zweit! Nochasts Fl connects! Klar, es wird die Runde angezeigt. Ich glaube, dass sie mein eigenes abgeschnallt hat. Meine mega schweren Klöten. Ja, auch. Geil. Ich habe hier mal Nutella ins Pipi-Loch reingedrückt, damit es süßer schmeckt. Oh Mann, Alter. Oh, Fantasie ist was Geiles, Digga. Ja, ist halt... Nee, du kannst dir das eher vorstellen, dass du die Marke Yamaha schreist. Jaaahm... Aaaaaaahm... Aaaaaahm... Also, schlimm auch nicht. Tadam! Tadam! Ich hab mal gekriegen, der ist ja. Was ist das? Tadam! Ach, scheiße! Wie geil, was ist das? Tadam! Oh Gott, ne! Herrlich, herrlich! Oh mein Gott, der hat die Tür gebrochen! Die hast du uns exakt nach vorne! Ja, sodass deine Ladefläche Richtung Hügel zeigt. Ja! Wie geil ist das denn? Nein! Nein, ich muss mitfahren! Nein! Richtig! Das war jetzt gut! Wir übernehmen die Kontrolle! Das werde ich mir safe sichern! Ah! Das ist...